Ich muss zugeben, das habe ich mir anders vorgestellt. Sind da überall Leichen drin? Nein, nein. Wozu ist das? Um sicher zu sein, dass er tot ist. Sheriff, was ist passiert? Keine Papiere, keine Fingerabdrücke in der Datenbank. Tja, für sie ist sie eine Jane Doe. Er braucht mich gerade. Ab 11 Uhr gibt es nur noch uns. Die Frau ist Mitte bis Ende 20. Haare braun. Gewarnt wird vor flutartigen Überschämungen. Augen... grau? Was ist ihr widerfahren? Zuerst wurde sie gefesselt. Dann wurde ihre Zunge entfernt. Sie wurde vergiftet, paralysiert. Gezwungen, das Tuch zu schlucken. Was ist das? Dad? Niemand hat bisher gesehen, was wir gesehen haben. Ich würde es euch wissen, was wir sehen. Die Frau nicht gut Schleimungen viere hau Z COME Untertitelung des ZDF, 2020